Yo Freunde, hier ist wieder euer Eierkopf, mit dabei ist Anton, hallo! Hallo! Und heute wird ein kleiner Junge alle Takis-Packungen auf einmal testen. Bist du bereit? Freunde, das heutige Video wird geisteskrank krass. Wir haben 17 verschiedene Takis vorbereitet und wir werden heute alle Sorten testen. Es wird geisteskrank krass. Glaubst du, es wird scharf? Glaubst du? Freunde, natürlich... Aber nicht alle. Ich glaub auch nicht. Natürlich darf Anton alle Takis-Packungen testen. Ich hab das vorher abgeklärt, keine von denen ist irgendwie so gefährlich, wie zum Beispiel der Hotchip oder so. Deswegen würde ich sagen, wir holen die erste Packung und dahin geht's los! Ja, Juhu! Okay, Anton, das sind hier die ersten. Willst du die mal aufmachen? Und wir haben ja auch übrigens hier für den Notfall Milch. Wir haben noch was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Die Takis darf man nur essen, wenn man... Eierkopf-Merch kauft am 1.11. um 14 Uhr auf Clashgames.shop. Dazu gibt's eine Trinkflasche, eine Autogrammkarte und dann müsst ihr alle kaufen. Eier auf 500 Stück. Und jetzt hol mal die ersten Takis hier raus. Okay. Hä, die sind so gar nicht scharf. Wenn ich jetzt mal vergleiche... Ah, wobei so ein bisschen, ne? Was sagst du? 1 bis 10? 10. E 9. Echt? So geil? Na? Ne, doch. Ich würde auch nur 9 von 10 in diesen Echlecker, oder? Nächste Packung, schnell! Achso, und Anton, bevor wir die nächste Packung holen können, müssen die Leute noch abonnieren. Prüfen wir einmal kurz. Haben wir die. Habt ihr noch nicht abonniert? Na, dann müssen wir jetzt die Packung holen. Okay, das sind hier die nächsten Takis. Takis Fläger und Chips Chips. Haben die jetzt abonniert? Ja, endlich. Okay, dann machen wir die auch auf. Wir hauen die dir auch mit auf die anderen Takis drauf. Testen wir die mal. Okay. Die sind halt einfach so Chips. Das sind lecker. Ja. Aber hat so gefühlt nichts mehr mit Takis zu tun, irgendwie. Aber trotzdem würde ich denen so eine 9 von 10 auch wieder geben. Und du? 7. Echt? Okay. Nächste Packung. Oh mein Gott. Freunde, ihr seht, die ganzen Takis-Packungen liegen hier auf dem Tisch. Und jetzt... Kaboom! Zeig mal, wie die explodieren. Kaboom! Oha. Guck, Kaboom! Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Zeig mal. Alter, die sehen nach Tomaten. Die sind einfach so mit Ketchup. Bist du bereit? Hä? Ich finde die sind ultra geil. Okay, die sind bisher die krassesten. Takis Kaboom. Übrigens, Leute, diese ganzen Takis-Packungen sind geisteskrank teuer. Ich glaube, die hat so 20 Euro gekostet. Ja, die sind geil. Was sagst du? Cool. So, okay, Anton. Als nächstes... Wo ist Anton hin? Und was ist das hier neben mir für ein Gameplay? Was da läuft? Ah! Das ist einfach mal Honkai Star Realm mit der neuen Version 1.4. Das ist einfach mal ein richtig krasses Update von einem der krassesten Handyspiele überhaupt. Mit dem neuen Update kommen zwei neue Helden ins Spiel. Und zwar Jing Liu und Topaz. Und ein sehr beliebter Held kommt wieder zurück. Und zwar Seele. Und ebenfalls wird eine komplett neue Hauptstory von Belobock veröffentlicht. Check gerne die neuen zwei Helden aus. Und erkundet die Welt von Honkai Star Rail über den Link in der Videobeschreibung. Denn dort könnt ihr euch das Spiel kostenlos herunterladen. Oh, Cueso Vulcano, die liebe ich. Als nächstes die Cueso Vulcano. Mach auf. Die hast du schon mal gegessen, glaube ich. Ja, heute. Heute sogar? Ja. Auch mal einmal. Mach mal rauf. Mach mal rauf hier. Boah, geil. Takis. Okay. Guck, die sind so gar nicht, gar nicht scharf. Hä? Krass. Ich geb ne 10 von 10. Und du? Die sind geil. Ne, 10, 11, 100 von 10. Echt? Okay. Da hauen wir mal alle Sorten rein und testen von dort. Und am Ende haben wir so eine 17 Takisorten da drin. Und dann hauen wir uns alles ins Gesicht rein. Ja. Das ist schlau, oder? Ja. So, Anton. Das sind die Ninja Teriyaki. Ninja. Okay. Die sind ultra lecker. Ja? Ninja irgendwas, ne? Oha. Ninja Teriyaki. Alter, die sind übel krass. Die schmecken am Ende nach Zimtschnecke. Hä? Du bist ne Zimtschnecke. Du bist ein Eierkopf. Das stimmt gar nicht. Also, no joke. Du bist ein Eierkopf. Und die sind am krassesten. Äh, äh. Käse. Wirklich? Ja. Wir holen die nächste Packung. Anton, schnipst die mal her. Schnips mal? Kannst du schnipsen? Boah, wo kommen die denn her? Guckt mal. Alter. Extra hot. Alter, ich glaub, die brennt dreimal. Einmal beim Essen, einmal beim Rülpsen und dann einmal beim... Beim Furzen. Also, sie sollen angeht nicht schärfer sein, als Takisorten sieht. Äh, dann sind die nicht scharf. Ja. Oh. Okay, das sind diese oberen hier. Nein, die sind extra nicht hot. Voll die verarscht. Null? Hä? Weiß nicht, ich fand die jetzt so gar nicht scharf. Also, bisher fand ich am besten immer auch die hier. Ninja Teriyaki. Die Leute sollen mal in die Kommentare schreiben, welche Takis die am besten finden, oder? Ja, oder aussehen. Ja, das stimmt. Welche am coolsten aussehen. Wenn ihr die noch nicht gegessen habt. Okay, hol die nächste Packung. Okay. Nee, die hasse ich. Die sind... Anton braucht mal einmal Milch. Ich brenne es ein bisschen. Ja. Okay, gönn dir mal so einen dicken Schluck Milch. Ist jetzt besser. Alter, du hast einen Bart, Junge. So sehen die Fuegos aus. Füllen wir hier rein. Hast du die Fuegos? Die sind so fuey. Boah, ich kann mich an die gar nicht mehr erinnern. Ich hasse Fuegos. Muss ich die essen? Ja. Um, 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 Flugzeug kommt. Und, komm, ich nehme sogar zwei. Hm. Na, Fuegos habe ich auch nicht so... Ey, ich bin immer noch... Die sind für mich am mit Abstand die krassesten. Nee. Okay. Oh, was kommt jetzt? Ja! Intense Nacho. Die sind gar nicht spicy. Guck mal. Nonn, spicy, nonn. Oha, hau rein. Oha, guck mal. Nimm mal einen raus. Ja. Hä? Nein, ich brauche das zu schaffen. Ich brauche. Hä? Die schmecken so nach gar nichts. Guck mal. Da gibt es sogar Fußballbälle. Hä, die schmecken so nach gar nichts irgendwie. Oh, Mann. Digga, wir haben jetzt hier schon so saufüle Takis drin. Okay, die nächste Packung. Oh nein. Oh, oh, Anton, jetzt musst du Augen zumachen. Jetzt kommt eine ganz schlimme Packung. Nee. Oh, die Schuhe. Oh nein. Erstens, die sind scharf. Und zweitens, die sind eklig. Und drittens, die sehen hässlich aus. Und viertens, ich will die nie in meinem Leben essen. Du musst sie aber jetzt essen. Bis auf jetzt. Ich sag euch, Freunde, diese Zombie-Takis. Wer sich die kauft, das kostet sieben Euro und schmecken wie... Ja, die schmecken irgendwie scharf und nach Gurke. Ja, das ist Gurke. Guck mal, riech mal. Die rießen jetzt schon nach Gurke. Die schmecken richtig kacke. Okay, Anton, also ich muss sagen, das ist für mich mit Abstand letzter Platz die zur Mitakis. Ihr wisst doch ja nicht, was jetzt noch kommt. Oh, nee. Dragon Sweet Chili. Die schmecken auch eigentlich nicht. Mach auf. Ich ess einen, ja? Hey, du hast geschummelt. Nein, guck. Ja, die musst du essen. Ja, okay. Freunde, schreibt mal in die Kommentare. Hat Anton geschummelt? Aber nee. Schwör. Schwer auf deinem Browser's Account? Ich hab die Ninja-Dinger gegessen. Nee, aber ich bin euch ehrlich. Sowohl diese hier, Dragon Sweet Chili, als auch die hier schmecken nicht. Okay, nächste Packung. Oh, nee. Oh, da bin ich gespannt. Guacamole. Das ist so Avocado. Wie sehen die aus? Auch grün? Ah. Anton, nimm mal einen raus. Äh? Ich will Milch haben. Nee. Boah, da hab ich gehofft, dass die so richtig geil schmecken. Die schmecken total K... Die sehen so geil aus. Mmh. Also ich sag euch, Freunde, die hier müsst ihr nicht kaufen. Die schmecken nicht. Und die müsst ihr nicht kaufen. Oh, die sind, glaub ich, geil. Crunchy fajita. Crunchy fajita. Du-gu-du-bi-jita. Oh. Okay, das sind diese hier. Die sehen auch scharf aus, irgendwie. Okay. Anton. Mhm. Ja. Nein, die schmecken nicht. Und jetzt haben wir erst drei Takis geschmeckt. Käse, noch mehr Käse, noch mehr Käse. Das sag ich euch, die schmecken nach gar nichts. Oh, auf den nächsten freuen wir uns schon wieder. Oh nein! Takis-Sticks. Bäh. Aufmachen. Bäh. Pompoms. Rein damit. Ey, die schmecken nach nichts. Ja, doch. Die finde ich gar nicht so scharf. Ah, wobei. Ich finde die frühe. Wie viel haben wir noch? Vier. Vier. Und dann haben wir eine Heimung. Ja, Kaki Blue Heat. Die habe ich noch nie gegessen. Ich auch nicht. Boah, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich auch. Ich habe die noch nie gegessen. Mach die mal auf. Boah, da bin ich gespannt, wie die schmecken. Ich auch. Ich habe die noch nie gegessen. Guck mal, die sind einfach blau. Alter, die sind blau. Zeig mal deine Zunge gerade. Ah. Freunde, das ist total schlecht. Mach blau rein. Ja, mehr. Mehr, 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 mehr. Mehr. Oh, geil. Und jetzt, Anton. Hä? Die sind irgendwie gar nicht scharf. Zeig mal deine Zunge. Einmal test. Blau. Blau. Oh, ich brauche auch ein bisschen Milch. Oh, jein. Alter. Okay, die werden krass. Freunde, Takis Nitro. Das sollen auch mit die schärfsten Takis sein. Boah, die sehen giftig aus. Oh mein Gott. Guck mal, wie rot die sind. Guck mal die an. Komm, wir nehmen jetzt hier so einen roten. Nein, Anton. Ich hab Angst. Schmecken so ähnlich wie die Blue Heat, aber anders. Dann schmecken sie ja nicht ähnlich, Kevin. Ich finde, diese Nitro schmecken irgendwie wie diese ekligen Sticks. Oh. Ui, die hasse ich. Hot Nuts. Mach auf. Hau rein da in unserem Pott. Denn die müssen wir später zerbröseln. Den machen wir nachher in den Mixer rein, den großen Pott hier. Wollen wir? Ja, machen wir. Kein Spaß. Okay, eine Nuss. Was sagst du? Ich mach keine Nüsse. Die schmecken nach gar nichts. Also ich sag euch, die Nüsse müsst ihr auch nicht kaufen. Die schmecken nach nichts. Und das letzte. Oh mein Gott. Das hab ich tatsächlich so... Oh mein Gott, Lollipop. Das hab ich tatsächlich so nirgendwo anders bisher gesehen. Zeit, mach ich. Alter, ein fetter Lolli. Das sind einfach mal Takis Lollis. Kann man online nicht kaufen, hab ich nur aus so einem Store gefunden. Lollipop. Poppy Lop. Oh, Alter. Ui. Da kann man so reintunken. Die sind so geil, das Gewürz. Okay. Drei. Warte, stopp. Zwei. Warte, 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 warte. Eins. Null. Ich hab hier fast gar nichts dran. Hä? Das schmeckt nach Hundefutter. Doch nicht mehr so geil. Doch nicht mehr so geil. Kann ich mehr mit dir... Ne, die feier ich gar nicht. Anton, Fazit. Welche Takis fandest du am besten? Diese Vulkanu oder die Quese? Ich fand die Ninja Teriyakis am besten. Nein. Und jetzt machen wir... Mixer. Die alle in die Mixer rein. Ja. Anton, ich brauch noch ein passendes Outfit, damit ich... Ich such eins. Damit ich mixen darf. Nicht. Guckt euch das mal an, Freunde. Einfach so alles voll mit Takis. Hier Takis. Hier alles Takis. Aber weißt du, was noch da rein muss? Was denn? Damit es leckerer schmeckt. Käse. Aber die sind da ja schon drin. Noch mehr. Aber nur ein ganz paar. Okay, stopp. 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 Und jetzt muss der Puder rein. Oh ja, stimmt. Ein bisschen vom Puder muss da noch rein. Ah, nicht so viel. Okay, Anton. Das sind jetzt alle Takisorten. Die gehen in den Mixer rein. Ich halte den Mixer fest. Ich glaube, alles kriegt daneben. Der Mixer ist eh voll. Oh mein Gott. Freunde, guckt euch das mal an. Anton, wir machen Prime rein. Pepsi. Und Pepsi. Und noch mehr Prime. Oh mein Gott. Aber vorsichtig. Die ganze Flasche. Jetzt das rote Prime. Anton, das wird das beste Essen, was wir jemals getrunken haben. Fünf-Sterne-Hotel. Oh mein Gott. Bist du noch hier? Vorsichtig. Stopp. Stopp. Okay, zur Seite Abstand. Ich will gucken. Oh mein Gott. Es läuft immer. Es läuft immer. Es läuft immer. Länger, Kevin. Nein. Nee, das ist jetzt gut. Pass auf, jetzt holen wir uns hier ein Glas. Das stinkt. Das riecht richtig eklig. Alter, das riecht wie Kotte. Fett schon. Nein, Kevin, nicht. Okay, bist du bereit? Nur ganz bisschen. Nein. Das schmeckt die Scheiße. Ich glaube, das war keine gute Idee, ein bisschen zu schlucken. Ach, das geht schon. Freunde, ciao.